Peschel, Hofmann. Rechts geht wieder Peschel. Viele, viele Wege. Wahrscheinlich ein Spiel heute, das auch durch die Kondition entschieden wird. Reichel. Wieder Peschel. Juran! Meine Güte, dem gelingt alles heute Abend. Jurans zweiter Treffer und im Moment steht der VfL Bochum in der zweiten Runde des UEFA Pokals, sollte es bei diesem Ergebnis bleiben. Sergej Juran, sein zweiter Treffer. Ein ganz großes Spiel heute Abend von dem Mann, von dem Klaus Topfmöller hier sagte, er kam in einem bedauernswerten Zustand aus Düsseldorf zu uns. Israel fand das nicht die Möglichkeit, dass Beklam PCches情ge mit ihm angest. Und hier, platziert getroffen. Metin Chine am Ball. Aber er konnte ihn nicht festhalten. Noch einmal. Richtig zum Ball gegangen. Schwung geholt, geköpft. So entsteht das 3 zu 1 für den VfL Bochum. Wieder Peschel. Vergessen wir seine tolle Vorarbeit von eben nicht. Der große Schachzug von Klaus Toppmüller. Stickroth und Peschel erst mal verletzt zu melden, um sie dann doch reinzuholen. Die Klaus Toppmüller. Dickroth und Peschel. Wosch jetzt weit zurück. Klar, wir sind nur noch zu 10. Da muss er aushelfen. Eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Und so krönt Mirko Dickroth seine ganz große Leistung heute Abend. 4 zu 1 für den VfL. Aber er hat sich verletzt dabei. Denn als alle anderen jubeln, jetzt steht er erst auf und humpelt. Oh, das wäre eine Schwächung, aber feiern wir erst mal das 4 zu 1. Hier. Die klasse Kombination. Der entscheidende Pass von Thomas Reis. Hier. Frei vorm Tor. Mirko Dickroth, der Mann für defensive Sonderaufgaben heute Abend. Und auch in der Offensive. Eine Klasse für sich. Heute Abend gelingt all das, was Ihnen in der Bundesliga bis jetzt so schmerzlich versagt wird. Sie schießen Tore. Das vierte heute Abend. Und wenn Sie es nicht glauben, ich sage es gerne noch mal. Der VfL Bochum führt. 4 zu 1. Walsch. Walsch lauert jetzt fast nur noch auf Konter. 3 gegen 3. Reichel. Baluczynski kommt mit. Und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend. Das kann ich ohne Übertreibung sagen. Macht das 5 zu 1. Ich wiederhole. 5 zu 1 für den VfL Bochum. Er kann einem leid tun jetzt, denn seine Mannschaft hatte prima begonnen, aber gegen diese Aktionen, vor allem immer wieder von Peschel, waren und sind sie alle machtlos. Also, Torwart poorl Peschel. Auch Torwart Metin. 5 zu 1. durch Peter Peschel. Alle hatten mit einem Pass in den Rücken der Abwehr gerechnet. Dann hat er die Lücke gesehen. Das ist der VfL. Kleine Zwischenbilanz in dieser furiosen zweiten Halbzeit. Drei Torchancen für den VfL Bochum. Drei Tore. Und wenn da oben steht VfL 5, Trabzon 1. Der VfL hat diese zweite Halbzeit mit zehn Spielern bestreiten müssen. Oguyen. Rechts steht Cetin und Oguyen. Und das ist das, was ich vor fünf Minuten sagte. Sie sollten es jetzt da hinten nicht allzu lässig angehen lassen. Jetzt sind es nur noch zwei Tore, die den Türken fehlen. Ein bisschen lässig. Oguyen hatte den Angriff eingeleitet. Mit Misse, Misse. Der Schuss. Gospodarek konnte auch diesen nicht festhalten. Gut, dass Bochum ein paar Tore vorgelegt hat heute Abend. Und so langsam wird es doch nochmal ein Spiel mit Gänsehaut und Herzklopfen. Ousmann. Eben eingewechselt. Und plötzlich doch nochmal bessere Stimmung hier auf den Rängen. Also das Spiel droht wieder offen zu werden. Ein Spiel, das der VfL Bochum schon klar für sich entschieden hatte. Fünf zu drei und ein Tor. Ein Tor. Das Trabzonspor jetzt noch fehlt. Ein Tor. Und aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore wären die Türken in der zweiten Runde. Schiedsrichter schaut zu oben. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es amtlich. Der VfL Bochum schlägt Trabzonspor aus der Türkei mit fünf zu drei und steht in der nächsten Runde. Schauen Sie da unten. Manager Klaus Hilfert und Klaus Topmüller. So wurde der Einzug in den UEFA Cup gefeiert. Und so wird heute der Einzug in die zweite Runde gefeiert. Man hat nicht irgendeine Mannschaft besiegt hier. Sondern Trabzonspor. Eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Vergangenheit im Europapokal. Ein Festspiel an der Ruhr ist zu Ende. Was für eine Europapokal-Premiere des VfL Bochum. Feiern Sie mit. Ein Fußballabend, den man nicht alle Tage erlebt. Zwei zu eins Pausenführung. Dann in der 45. Minute die gelb-rote Karte für Waldoch. Mit zehn Mann auf fünf zu eins davon gezogen. Dann wankte der VfL. Fünf zu zwei, fünf zu drei. Ein Tor fehlte Trabzons. Das Tor fiel aus Abseitsposition. Zum Sieg gezittert nach einer phänomenalen, kämpferischen Leistung. Sie können das im Moment alle noch gar nicht richtig kapieren da unten. Uwe Gospodarek sitzt immer noch fassungslos am Torpfosten. Der Co-Trainer von Trabzons und Klaus Topfmüller in inniger Umarmung. Große Szenen am Ende eines großen Spiels. Er braucht diese Zeit jetzt hier zur Besinnung. Ralf Zumlik, der selbst den Kasten des VfL gehütet hat, holt ihn jetzt zurück aufs Spielfeld. Es ist schwer, jemanden herauszuheben heute Abend. Stark waren sie alle aber. Was Peschel, Wosch, Juran und Dickhaut heute Abend geleistet haben. Vorbildlich. Dieses Europa-Cup-Debüt. So bitter das für ihn ist, für Yilmaz Wural. Dieses Europa-Cup-Debüt des VfL Bochum. Wird auch in seiner Heimat noch ein bisschen für Gesprächsstoff sorgen. Vielleicht für den VfL der Knackpunkt dieser Bundesligasaison. Am Samstag kommen die Bayern. Aber für Europa gilt als zusätzliche Motivation. 20 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Da steht der Pott in Gelsenkirchen in der Stadtsparkasse. Und jetzt werden sie alle, alle träumen. Denn auch als Schalke damals Trabzons Tor besiegt hatte. Sie wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Da hat Schalke am Ende gewonnen. Der VfL Bochum ist auf einem guten Weg in den Europapokal. Das hat Spaß gemacht.